Eingeladen zum Fest des Glaubens, ja. Das passt gut zu unserem Thema heute Morgen. Wir haben jetzt schon einiges auch uns angeschaut in der Bibel an Themen, wo man so ein bisschen tiefer auch gräbt in der Schrift und immer noch Sachen findet auch und sieht, dass die Bibel Tiefe hat und Struktur hat und Schönheit hat. Als ich gläubig geworden bin, habe ich gedacht, also die Briefe von Paulus, die sind schon schwierig zu verstehen. Viel schwieriger als die Evangelien. Und später habe ich gedacht, die Evangelien haben noch eine zweite Bedeutungsebene. Da ist noch mehr zu finden, als auf den ersten Blick man dort vermutet. Und mittlerweile geht es mir durch die ganze Bibel so. Das ist eine Fülle, eine solche Gottesfülle, die uns da entgegenkommt. Aber man muss irgendwie so ein bisschen auch die Zeit und die Ruhe finden. Also stille Zeit, weiß ich, wie es euch geht, das ist auch immer ein Kampf für mich. Es klingelt an der Türe oder das Telefon klingelt oder fällt einem irgendwas ein, was man dringend machen muss. Ein amerikanischer Prediger hat mal gesagt, bei ihm ist es so, wenn er betet, dann fällt ihm auf jeden Fall irgendwas ein, was er unbedingt noch tun muss und nicht vergessen darf. Es fällt ihm immer beim Beten ein. Und er hat das so gemacht, dass er nimmt sich immer ein Blatt Papier und einen Bleistift, wenn er betet. Und wenn er dann anfängt zu beten, es fällt ihm irgendwas ein, dann unterbricht er kurz, schreibt es auf und dann kann er in Ruhe weiterbeten. Das ist der typische amerikanische Tipp, die Amerikaner sind irgendwie so praktische Typen. Aber ich fand das nicht schlecht und ich halte das auch so. Und manchmal muss man sich wirklich zwingen bei all der Bilderflut und Informationsflut und Wissensflut, wie wir eben auch gehört haben im Lied, dass man sich auf dieses stille Wort Gottes zurückbesinnt und selber still wird. Das ist manchmal ein Kampf und der Feind will das nicht. Aber heute Morgen nehmen wir uns ein bisschen Zeit, uns den Abraham nochmal anzuschauen. Glaubensvater, wir haben ja gestern auch schon ein bisschen, habe ich schon ein bisschen verraten von dem, was ich heute euch zeigen möchte. Und zwar von dem Auferstehungsglauben, den Abraham gehabt hat und den wir ja als Christen auch haben. Also ist Abraham im Alten Testament, wie soll man das sagen, so ein Lichtpunkt, so ein Glimmerpunkt, tief im Alten Testament, der schon den neutestamentlichen Glauben irgendwie hatte oder schon angedeutet hat. Sodass Paulus dann viele Jahrhunderte später schreiben kann, wir, die wir glauben an die Auferstehung Christi, wir, die wir glauben, dass Gott aus den Toten auferwecken kann. Wir glauben so wie Abraham. Wir sind eigentlich die Kinder Abrahams. Nicht nach Fleisch und Blut, ja, nicht ethnisch, nicht Hebräer oder Israelit oder Jude, sondern die im Geist und in Wahrheit, die so glauben wie der Vater Abraham, die werden mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Das ist das, was das Neue Testament uns von Abraham berichtet. Da schauen wir uns ein bisschen was an. Zur Einleitung möchte ich kurz ein paar Versen lesen aus dem Römerbrief. Aus Römer 4, da steht, Abraham ward nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war. Auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah, also dass Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte, weil sie schon so alt war, ja. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, dass Gott ihm nämlich noch einen Sohn verheißen hat, der noch kommen sollte. Und auch er war schon alt und Sarah war schon alt und zwar Menschen unmöglich. Und die Bibel sagt, er zweifelte nicht daran, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aus aller Gewisseste, das, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Gott kann den toten Leib der Sarah wieder erwecken, den toten Leib des Abraham wieder erwecken und er kann auch den toten Isaac wieder erwecken. Das war der Glaube Abrahams. Das, ich hätte fast gesagt, das ist ein unglaublicher Glaube, ja. Wir haben ja gestern drüber gesprochen. Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Und die war ja noch viele, viele Jahrhunderte später, kam die überhaupt erst. Deswegen ist Abraham tatsächlich ein Vater des Glaubens. Der hat an den Verheißungen Gottes festgehalten. Und wir Christen halten auch an den Verheißungen Gottes fest, dass nämlich Gott kommt, dass Jesus wiederkommt, dass Jesus uns zu sich holt, halten wir fest. Auch wenn es schon 2000 Jahre her ist, dass diese Verheißungen ausgesprochen sind. Und vielleicht gerade, weil es schon so lange her ist, ja, erwarten wir das umso drängender, dass Jesus wiederkommt. Wir halten daran fest. Und in der Zeit gehen wir arbeiten, machen unser Geschäft, heißt es im Schwäbischen, ja. Hier heißt es, man geht ins Geschäft. Bei uns heißt es, man geht auf die Arbeit. Aber es scheint dasselbe zu sein, ja. Ja, und warten darauf, dass Jesus wiederkommt und geben Zeugnis von der Hoffnung, die in uns ist, ja. Mit beiden Beinen auf dem Boden, ja. Gut, Abraham. Ähm, Moment. So. Da kommt er ursprünglich her. Ur in Chaldea. Ich muss ein bisschen weiter zu euch kommen. Sonst kann ich das nicht sehen hier so, ja. Ur in Chaldea. Da vermutet man, dass er herkommt. Ähm. Manche vermuten aber, dass hier oben, hier liegt nämlich auch noch ein Ur in Chaldea, dass das gemeint ist, ja. Und dass Abraham von diesem Ur ausgezogen ist, weil es mal in der Bibel heißt, dass er jenseits vom Euphrat kam, weil dieses Ur in Chaldea ist diesseits des Euphrats vom gelobten Land aus gesehen. Und man vermutet mittlerweile, dass Abraham von hier kam, von Ur in Chaldea, hier runterzog, aber er kam nur bis Haran, ja. Und von da aus dann weiter runter. Ich glaube, heutige Türkei, oder ist das? Ja, ich glaube schon, ja. Gerade noch. Kommt so alles zusammen, ja. Da nahm Tarach seinen Sohn Abram, da hieß er noch Abram, ja. Und Lot, seines Sohnes Haran Sohn, und seine Schwiegertochter Sarai, seines Sohnes Abraham Weib, und führte sie aus Ur in Chaldea, dass er ins Land Kana anzöge, und sie kamen gen Haran und wohnten da selbst. Also hier gab es so eine kleine Unterbrechung der Reise Abrahams in den Land, ja. Da ist nur bis Haran gekommen. Dann aber zieht Abraham selber weiter, kommt nach Sichem ins gelobte Land und kommt dann nach Hebron und kauft in Hebron die Höhle von Machpella. Ja, und dort ist bis heute sein Grab. Da ist Abraham begraben. So sieht das heute aus. Grab der Patriarchen in Hebron. Die Städte gibt es ja alle noch. Da sind immer wieder auch Anschläge, ja. Und es ist auch ganz schwierig, alles genau aufgeteilt, bis wohin die Moslems da dürfen und bis wohin da die Juden dürfen. Und die Christen wollen ja auch noch ihren Teil ab, ja. Also wird auf jeden Fall schon mal, muss es bewacht werden. Das ist das innere Grab der Patriarchen in Hebron. Das ist das Grab von Abraham. Da gibt es mal einen Grundriss, ja. Hier ist der Abraham, Sarah, Lea, glaube ich, ja. Und Jakob, ja. Ja, und die Grünen, jetzt muss ich gerade gucken, das ist alles schön aufgeteilt. Die Grünen ist für Muslime, die dürfen hier rein. Und Violett ist für Jewish, ja, für die Juden, die dürfen hier rein. Keine Ahnung, wo die Christen rein dürfen. Unser Abraham lebt Gott und er ist unser Glaubensvater, ja. Aber man sieht genau, wie es aufgeteilt ist. Und auch in der Gedächtniskirche, da sind also die Treppenstufen aufgeteilt. Welche Treppenstufen die orthodoxen Christen putzen und welche Treppenstufen die Katholiken putzen und welche Treppenstufen die Evangelischen putzen. Und den Schlüssel dazu hat ein Moslem, ja. Heißt, es ist einfach, ja, ist halt nahe Osten, ja. Alles sehr spannend. Die Abrahamstheologie, die hat mal einen Bruder zusammengefasst, der ist abends auf dem Geburtstag, in Ostfriesland gab es einen Geburtstag und die Geburtstaggesellschaft war sehr fröhlich. Und gegen Ende sagt der, der Geburtstag hatte, der sagt zu einem älteren Bruder, Onkel Willi, hast du noch ein Wort Gottes für uns? Und da steht der Onkel Willi auf und sagt folgendes. Und Abraham folgte Gott nach, Lot folgte Abraham nach. Da ist ein Unterschied, Amen. Ist das nicht herrlich? Ja, ich finde, das ist so schön. Ich habe das vor über 20 Jahren gehört und das geht mir immer noch nach. Da liegt so viel Tiefe drin, ja. Das sagt einer nach einer Geburtstagfeier. Was mag der während dem Geburtstag so alles bewegt haben im Kopf, ja. Und der hat sich auch nicht lange verehrt mit seinen Worten, sondern der kommt ganz fokussiert auf den Punkt, Abraham folgte Gott nach, Lot folgte Abraham nach. Das ist ein Unterschied, ja. Das ist ein Unterschied und ein wichtiger Unterschied. Wenn ihr das mitnehmt, können wir schon Schluss machen. Ja. Das ist eigentlich der Abrahamsglaube. Und wir sehen es auch so, wie der Glaube da auch wächst. Abraham bekommt erst eine irdische Verheißung, dass er das Land Israel ererben soll. Dann bekommt er eine Verheißung, dass er die ganze Erde erben soll. Und zum Schluss bekommt er eine Verheißung, dass er sogar den Himmel erbt. Das nimmt immer weiter zu. Das ist der Glaubenswachstum Abrahams. Da müssen wir uns ein Beispiel nehmen dran, ja. Also er zieht dann aus, aus Ur in Chaldea und dann steht hier, deinem Samen will ich dieses Land geben. Da kriegt er die Landverheißung, ja. Also nahm Abraham sein Weib Sarai und Lot seines Bruders Sohnen mit aller seiner Habe, die sie gewonnen hatten und die Seelen, die sie erworben hatten in Haran. Hier war so ein bisschen Pause, ja. Dann ziehen sie hier wieder weiter. Und sie zogen aus zu reisen in das Land Kana an. Und als sie gekommen waren in dasselbe Land, zog Abraham durch bis an die Städte Sichem und an den Hainmore. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute da selbst einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Abraham ist ihm glaubend losgezogen. Er wusste nicht, wo er hinkommt. Er war Fremdling in einem fremden Land. Und dann brauchte der Mann diese Ermutigung von Gott. Gott hat ihn ermutigt. Er sagt, Abraham, du bist auf dem richtigen Weg. Das, was du hier siehst, wird alles dir. Entschuldigung, das, was ihr Christen hier gehört, gehört uns zu euch. Aber wir gehören dir und Christi ist Gottes. Uns ist die ganze Welt beigelegt und der Himmel beigelegt, weil wir Erben, Miterben Christi sind. Miterben seiner Herrlichkeit. Also das sind immer auch Verse, die zwar im Alten Testament stehen, aber die ja auch für uns eine Bedeutung haben. Und alles, da ist eine Jugendgruppe, die ist nach Kroatien gefahren zum Segeln. Von CVJM oder so, ja. Und die fahren mit dem Segelboot durch die Inseln so durch. Und irgendwann halten die an so einer Insel an, mittags, und wollten da picknicken. Die steigen aus. Da sagt einer von den Jungs, das gehört alles meinem Vater. Da sagt einer, was, deinem Vater gehört die Insel? Ja, nicht nur die Insel, die ganze Welt. Ach so, ja gut, ja. Das gehört alles meinem Vater. Königskinder, ja. Christen, wir werden die Welt erben und mit Christus das Gegenwärtige und das Zukünftige, ja. Alles, was Gott irgendwie hat, gibt er uns in Christus Jesus. Aber wir gehören Christi und Christi gehört Gott, ja. So ist die Struktur. Das sieht man hier schon ein bisschen an dem Abraham, ja. Dann bekommt er eine irdische Verheißung, dass er der ganzen Welterbe sein würde, ja. Das ist im nächsten Kapitel, 1. Mose 13. Und zwar war das da, als der Abraham zu dem Lot gesagt hat, komm, wir gehen auseinander. Unsere Hirten streiten sich. Da ist er, wähl du dir. Willst du ins fruchtbare Sodom, ja, dann geh nach Sodom oder gehst du auf die Anhöhe hoch, dann, du darfst, du darfst wählen. Und Lot wählt Sodom. Damals noch fruchtbar. Heute voller Schwefel, ja. Und wir waren mal am Toten Meer. Ich habe mich gewundert, wir haben gebadet im Toten Meer. Und ich denke, boah, also, das riecht aber schon ziemlich nach Schwefel, das Tote Meer, ja. Aber das war, weil wir vom Toten Meer Richtung Sodom und Gomorra gefahren sind. Richtung, wie heißt diese, diese Hochebene, wo der Herr Rote sein, Megiddo, ja, genau. Und auf dem Weg nach Megiddo kommt man da vorbei. Und die ganze Luft ist heute noch voller Schwefel. Und ich dachte, das ist von Baden im Toten Meer. Aber das ist von Sodom und Gomorra. Und damals war aber Sodom noch fruchtbar. Und Lot wählt die fruchtbare Ebene. Und der Abraham, wo geht denn der hin? Der geht auf die Höhe, auf die Anhöhe dort. Das war total karg. Wüst, kein Wasser. Und die Hirten von Abraham haben gesagt, Abraham, bist du eigentlich verrückt? Der Lot ist doch dein Neffe. Du bist doch der Onkel. Du bist der Patriarch. Du darfst wählen. Warum wählst du denn nicht Sodom? Weißt du, was jetzt passiert? Wir gehen jetzt hier die staubigen Abhänge hoch, in die Bergwüste Judas, wo kein Wasser ist und nichts für die Tiere. Wie willst du denn da überleben? Ja, das war eine echte Glaubensprüfung, auch für die Hirten von dem Abraham. Weil es war ja viel vernünftiger, runter nach Sodom zu gehen, wo es grün war und wo es Essen gab und wo man was werden konnte. Wo man auch unterm Tor sitzen konnte nachher. Das war Lotssache. Wir wohnen in Pforzheim. Meine Tochter wohnt in Karlsruhe. Wenn wir von Pforzheim nach Karlsruhe fahren, dann kommt die Autobahn in diesen Rheinbruch. Und dann kann man von der Autobahn sehen, und dann geht die Autobahn runter und fährt runter ins Rheintal nach Karlsruhe. Und wenn man oben noch ist und so den ersten Blick übers Rheintal hat, dann sage ich regelmäßig zu meiner Frau, und unten im Grund lag Sodom. Ja, also, das muss auch unter uns bleiben, ja. Aber das ist mir so eindrücklich, weil man so, man kommt praktisch von dieser schwäbischen Hochebene, kommt man runter ins Badische hinab, ja. Und so denke ich mir, so war das bei den beiden damals auch, ja. Wenn ihr am Lago Maggiore seid und wer Zaskartal hochfahrt, ja, bis ganz oben ans Ende, ganz hinten, wenn es aufhört, da ist noch ein evangelisches Kirchlein. Die Katholiken waren unten am Wasser, da gab es Fische, da gab es Handel, da war es warm. Und die Evangelischen, die hat man dann irgendwann vertrieben oben auf die Anhöhen. Ich komme vom Westerwald. Westerwald ist auch so evangelisch geprägt. Köln unten, Köln am Rhein, ja. Das ist katholisch, jüdkatholisch, ja. Katholiken sind am Rhein. Die Evangelischen haben sie irgendwann auf dem Westerwald dann da hoch. Aber die Westerwälder sind auch ein bisschen harzknäubig, weil die sind ein bisschen Basaltköpfe auch, ja. Aber die haben halt die Äcker gehabt, wo die Steine draufgelegen sind, ja. Ja, und die Geschichte mit Abraham und Lot, die hat sich immer wieder wiederholt, ja. Ihr seht es, wenn ihr nach Bozen fahrt, Tirol, ja. Da sind die Deutschen dann irgendwann auch vertrieben worden aus Bozen raus, aus ganz bestimmten Gründen, weil die Politik damals so gewesen ist, hat dann der damalige Staatschef, der hat dann Sizilianer dort in Bozen angesiedelt und die haben dann irgendwann die Südtiroler vertrieben und die haben sich dann auf den Halbhöhen angesiedelt. Und wenn ihr heute nach Südtirol fahrt, dann in Bozen unten ist es laut und stickig und schmutzig und, ja, und auf den Halbhöhen sind die ganzen Apfelhöfe, ja. Also da, wo die Gläubigen hin vertrieben worden sind, da hat Gott auch immer irgendwie Segen gegeben. Und das war bei dem Abraham auch so. Also diese Abrahamsgeschichte hat sich immer wieder wiederholt, ja. Und ob das in Russland so gewesen ist oder immer wieder durch die Zeiten hindurch, ja. Und gibt es im Buch, Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, ganz interessant, wie Gott seine Leute führt. Aber man muss den Abrahamsmut auch manchmal haben, ja. In der Bewährung erfährt man Bewahrung. Ja, ist auch so ein ganz kurzer Spruch. Ich mag diese kurzen Sprüche, ja. Schön. Gut, also nachdem also Lot sich von Abraham geschieden hat, da brauchte der Abraham wieder ein bisschen Ermutigung, weil ich denke mal, dass die Hirten zu ihm gesagt haben, mit viel Vernunftsgründen, wie unvernünftig ist das denn, was du machst, Abraham? Wieso gehst du nicht da runter, nach Karlsruhe, nach Sodom? Ja? Da ist der Rhein, da ist Fisch, da ist Handel, da ist Grün, da kannst du Karriere machen, ja. Warum gehst du nicht da runter? Und da erscheint ihm der Herr und spricht zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine, ist ja schön, ja, Gott ist ein Freund, ja, der ermutigt den Abraham, ja. Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen auf ewig und ich will deine Nachkommen machen, wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same, auch deine Nachkommen gezählt werden wird. Mach dich auf und ich wandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Was für ein leutseliger, treuer Gott, ja. Der wusste sein, Abraham hat jetzt ein Problem und dann spricht Gott zu ihm und sagt, geh du mal ruhig deinen Weg und durchzieh, schau dich um, sagt er hier, das ist alles deins, guck nach Süden, ich will dir das geben, ich gebe dir das auf ewig, dir und deinen Nachkommen, das ist dein Erbe und lass dich nicht von Vernunftsgründen durcheinander machen. Das spricht zu uns heute, ja. Okay, danach, nach dem Kapitel 13 kommt Kapitel 14, klar, ja, dann kommt Lots Abfall, Abraham muss also Lot aus Sodom befreien und dann kommt Melchisedek, ja, und der Abraham gibt der Melchisedek den zehnten Teil der Beute. Von diesem Melchisedek haben wir schon gesprochen, der Melchisedek ist eine ganz geheimnisvolle Persönlichkeit. Der taucht nämlich plötzlich auf im Alten Testament und dann ist er wieder weg und keiner weiß, woher der kommt. Ja, er war ein König von Salem, von Salem, ein Schalomkönig, ein Friedenskönig, ja, ein Melchisedek, ein Melech Tzadok, das ist ein bisschen verdeutscht, dieses Wort, ja, Melech kommt von Moloch, der Herrscher, der Herr, Moloch, der König, ja, Melech Tzadok, Tzadok sind die Tzadik, sind die Heiligen, die Priester, ein König Priester, ein Melech Tzadok, ein König Priester, der kommt plötzlich und dann ist er wieder weg. Im Neuen Testament gibt es auch so jemand, der taucht plötzlich auf und der heilt und der heilt und tut das im Namen Jesu. Und die Jünger sagen zu Jesus, sag dem, der soll auch mit uns ziehen, der soll nicht alleine ziehen. Und dann sagt Jesus, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und niemand weiß, wer das ist. Ja, der war ja, der war zur Zeit Jesu unterwegs und hat im Namen Jesu dort geheilt und er ist nicht mit den Zwölfen gezogen und der war nicht bei dir. Das ist für mich der Melschisedek des Neuen Testaments. Niemand weiß, wer das ist. Ja, aber wir hatten in Aachen in der Gemeinde, ich war vor vielen Jahren in Aachen in der Gemeinde und da hatten wir immer Besuch von jemand aus der Eifel und es war ein Einzelgänger, ein christlicher Einzelgänger. Ihr hört ja immer, Christen müssen ja immer in eine Gemeinde gehen, das ist gut und wichtig und das ist auch richtig. Wir sind ja auf Gemeinschaft angelegt. Aber es gibt Menschen, die sind Einzelgänger, das sind einsame Wölfe, die ziehen so einsam ihre Spuren und ab und zu kommen die mal in die Gemeinde und dann gehen die wieder. Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin froh, wenn du kommst und immer wenn du kommst, ist die Türe auch für dich, aber du musst dich nicht verpflichtet fühlen. Mein Mitältester hat zu mir gesagt, das geht nicht, der muss in die Gemeinde kommen, der muss hier in der Gemeinde auch sein, ohne Gemeinde kann man kein Christ sein. Ich sage, lass den doch, zwäng den Mann nicht. Wenn du den zwängst, kommt der nie wieder. Der springt weg und sagt, das ist nichts für mich. Mach die Türe auf und lad ein. Wer gerne kommt, wir sollen keinen Druck machen, wir müssen Sog erzeugen. Hat mein Chef zu mir gesagt früher. Mit dem Evangelium kann man Sog erzeugen, liebevollen Zug ziehen, kein Druck. Und dann kommen die Leute auch gern. Und wer Gemeinschaft braucht, der soll in die Gemeinde gehen. Aber es gibt manchmal so Einzelgänger und die muss man lassen. Wenn die mit Jesus auch unterwegs sind, ist alles gut. Irgendwann in der Vollendung werden wir mal uns erkennen in Christus, wer wir gewesen sind. Schön. Naja, Abraham gibt den zehnten Teil der Beute an Melchisedek, das heißt, der Glaubensvater gibt den zehnten, wird zinsbar an Melchisedek und Melchisedek ist ein Bild auf Christus. Das heißt, der Glaubensvater wird zinsbar dem Typus auf unseren Herrn Jesus Christus. Das ist tief im Alten Testament. Das ist 1. Mose 14. Also, keine 10 Kapitel vorher ist die Welt erschaffen worden. Und da spricht Gott schon solche Dinge. Das ist also schön zu sehen. Und dann bekommt Abraham, jetzt hat er schon die Landverheißung, er hat die Verheißung, dass wer den Staub der Erde zählen kann, der kann seine Nachkommen zählen. Jetzt bekommt Abraham noch eine himmlische Verheißung, und zwar durch die Glaubensgerechtigkeit. Nächste Kapitel, Kapitel 15. Nach diesen Geschichten begab sich, dass Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Warum sagt Gott das? Weil Abraham gerade sieben große Könige besiegt hat und eine riesen Beute, er war reich geworden. und von diesem ganzen Reichtum, den er hatte, gibt er den 10. und den Rest gibt er den Königen wieder und sagt, ich will nicht, dass es heißt, dass ihr mich reich gemacht habt, ich nehme nicht mal einen Schuhriemen von euch. Nur Eskol und Mamron, wie heißt die Männer, die mit mir waren, die bezahlt für den Einsatz, aber ich nehme von euch nichts. Der hatte wohl ein gutes Verhältnis zum Geld, oder? Der hat einen Abstand, da ging es um Millionen, der hat eine Millionenbeute da gehabt, und er gibt es zurück und sagt, nicht, dass es heißt, dass du mich reich gemacht hättest. Und dann geht er in sein Zelt und dann haben die Hirten wieder gesagt, also Abraham, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Also das war die Chance für dich, das war der Sechser im Lotto und du hast es verdient, warum nimmst du das nicht an? Und dann war Abraham vielleicht auch bedrückt und sagt, ich bin vielleicht wirklich ein bisschen verrückt, warum habe ich das gemacht? Und dann kommt Gott zu ihm, nach diesen Geschichten, kommt Gott zu ihm und spricht zu ihm und sagt, ich Abraham bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Ich bin dein Reichtum, Abraham. Und Abraham spricht und da hört man so ein bisschen das Moll, ja, der sagt, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und dieser Eliezer von Damaskus, das war wohl da sein Haushälter, ja, der wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keinen Samen, keinen Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinem Gesinde soll mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Wer war das denn? Der Isaac, ja? Nicht der Ismail, ne? Der Isaac. Der Zweitgeborene hat den Segen geerbt. Das war immer so bei den Erzvätern. Ja? Abraham hatte zwei Söhne, Ismail und Isaac. Wer hat den Segen geerbt? Der Zweitgeborene. Isaac hat zwei Söhne, Esau und Jakob. Wer hat den Segen geerbt? Der Zweitgeborene. Jakob hat dann zwölf Söhne gehabt und Josef werden in Ägypten Ephraim und Manasse geboren. Wer bekommt den Segen? Der Jüngere, wieder. Jakob legt sogar die Hände über Kreuz und segnet die, und der Josef sagt, Moment, Papa, du legst die Hände falsch rum, dann ist doch der Ältere und dann ist der Jüngere. Du musst so rumsegnen. Aber auch da erbt der Jüngere den Segen. Warum? Das ist ein Bild auf zwei Bündnisse. Das erste Bündnis mit Israel und das zweite Bündnis mit der Gemeinde, mit der neutestamentlichen Gemeinde und den Segen erbt der Zweite, die Gemeinde Jesu. Inwiefern? Weil sie wiedergeboren wird, weil sie Gottes Geist hat. Ja? Und das sieht man bei den Erzvätern schon. Im Gesetz steht immer, dass der Erstgeborene den Segen erben soll. Aber in der Geschichte Israels war es immer anders. Immer hat der Zweite den Segen bekommen. Und so ist es auch mit den beiden Gottessöhnen, wenn man so will. Ja, Israel der Erstgeborene, du bist mein erstgeborener Sohn, sagt Gott auch mal zu Israel. Aber die Gemeinde Jesu, die hat den Segen geerbt. Welchen denn? Dass sie teilhaftig wird der göttlichen Natur. Ja? Ganz erstaunlich. Das ist altes Testament, das ist eigentlich neues Testament. Ja? Das ist eine Frage, die müssen wir beim Teller Linsensuppe auch klären. Ja? Das ist eine gute Frage. Der hat es ja abgekauft, der war auch ein Schlitzohr, ja? Aber können wir vielleicht gleich. Ja? Aber ich vergesse die Frage nicht. Ja? Wir gehen rüber zum Griechen nachher. Und dann machen wir das dann. Ja? Einverstanden? Gut, okay. Ja? Aber man sieht, immer hat der Jüngere den Segen bekommen. Und es ist ganz gegen das Gesetz. Aber es entspricht der Heilsgeschichte. Und die Bilder haben wir oft. Gut. Also, nach diesen Geschichten begab sich das Abraham, das zu Abraham geschah, das Wort des Herrn im Gesicht und sprach, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Und da sagt Abraham, was willst du mir denn geben? Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und dann sagt der Herr, nicht der Eliezer von Damaskus soll dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, soll dein Erbe sein, Isaak. Und er hieß ihn hinausgehen und sagt, siehe, geh in den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so soll dein Samen, so sollen deine Nachkommen werden. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham hat das ganze Geld, ich sage es nur ganz kurz, das ganze Geld den Königen wieder zurückgegeben und für sich nichts behalten. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, Abraham, ich bin dein Schäkel, ich bin deine Belohnung. Und dann sagt Abraham, was willst du mir geben? Ich habe keine Kinder. Mein ganzes Haus wird dann in Eliezer gehen. Und dann sagt Gott zu ihm, geh raus und schau dir die Sterne, ob du die Sterne zählen kannst. Eben hat er noch gesagt, wer den Staub der Erde zählen kann. Jetzt sagt er schon zu ihm, wer die Sterne zählen kann. Das heißt, jetzt bekommt Abraham schon eine himmlische Verheißung. Also erst würde ihm das Land verheißen, dann die ganze Erde zu erben und jetzt sogar Nachkommen zu haben wie die Sterne am Himmel. Und Gott geht noch darüber hinaus. Abraham bekommt alle irgend möglichen Verheißungen. Alles, was Gott irgendwie dem Abraham geben könnte, bekommt er, weil er etwas ganz Besonderes gemacht hat, weil er Gott seinen Sohn Isaac nicht vorenthalten hat. Jetzt sind wir in 1. Mose Kapitel 22. 22 ist die Leidenszahl. Das hebräische Alphabet hat 22 Verse. Der Psalm 22 ist ein Leidenspsalm. Das Kapitel 22 in 1. Mose redet von der Opferung Isaacs. Nur als Eselsbrücke für euch. Wenn einer sagt, wo war denn das mit dem Isaac? 1. Mose 22 Leidenskapitel. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel und sprach, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, dass ich deinen Samen, deinen Nachkommen segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Samen soll besitzen die Tore seiner Feinde. Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. So wichtig ist manchmal Gehorsam Gott gegenüber, ja? Wir dürfen das nicht unterschätzen. Das war etwas ganz Besonderes. Gott hat Abraham versprochen, dass von seinem Leibe ein Nachkomme kommt, nämlich der Isaac. Als er dann geboren wurde, hat der Abraham ein großes Fest gemacht. Da hat sich gefreut und gefeiert, dass die Sarah im hohen Alter noch einen Sohn gebiert. Und sie nennt den Sohn Isaac lachend. Weil die Frau, die Sarah sagt, die Leute werden lachen, wenn sie das hören. Also entweder, man weiß nicht, entweder mit mir lachen oder über mich lachen. Ja? Weil sie schon so alt ist. Entweder sich mit ihr freuen oder über sie lachen, weil sie sagen, guck mal, die alte Frau hat noch ein Kind geboren da, ja? Das war ja undenkbar. Und deswegen heißt Isaac lachend oder lachen. Und 14 Jahre später sagt Gott zu Abraham, opfere mir den Isaac. Wir haben da gestern schon drüber gesprochen, ja? Aber es sind heute Morgen vielleicht welche, die gestern nicht dabei waren. Und dann geht Abraham tatsächlich her, nimmt den Isaac, nimmt Holz, sattelt den Esel in aller Frühe und zieht drei Tage weit zu dem Berg Moriah. Das ist wohl derselbe Berg wie der Zionsberg. Und dann lässt er seine Knechte unten am Berg stehen und sagt zu ihnen, wir gehen jetzt, also Isaac und ich, wir gehen rüber zu diesem Berg und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder zurück. Im Moment, Abraham sollte doch seinen Sohn Isaac dort opfern. Scheinbar geht Abraham davon aus, dass er mit Isaac lebendig wieder zurückkommt. Und das würde ja bedeuten, dass der Abraham geglaubt hat, dass Gott den Isaac wieder auferwecken würde nach der Opferung, ja? Da haben wir eben im Römerbrief von gelesen. Gott hatte alle Verheißungen auf den Isaac gelegt und hat gesagt, den Isaac werden dir Nachkommen gezeugt werden, ja? Und über Isaac werden deine Nachkommen wie die Sterne am Himmel werden. Und plötzlich sagt Gott zu Abraham, opfere mir den Isaac. Und meine Frau und ich, wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wir hatten jeder so unsere Vorschläge und Lösungen dafür, aber Abraham macht was ganz, ganz Besonderes. Der Abraham sagt, wenn Gott alle Verheißungen auf Isaac gelegt hat und jetzt will er sich den Isaac opfere, gibt es nur eine Möglichkeit. Gott muss den wieder lebendig machen. Weil Gott widerspricht sich nicht. Hört ihr das, was das für ein Wortglaube war? Abraham hat jedes Wort Gottes ernst genommen. Bis ins kleinste Jota. Wortglaube. Nicht Wortklauberei, ja? Sondern Glaube, ja? Mit einem Bindestrich, ja? Abraham hat diesem Wort geglaubt und er sagt, wenn Gott die Verheißung auf Isaac legt und jetzt will er sich den Opfer rührt, gibt es nur eine Möglichkeit. Gott macht den wieder lebendig. Ich weiß nicht, aber so wird das machen. Und wir gehen jetzt rüber und gucken dort an, ja, Isaac und ich, und wenn wir angebetet haben, dann kommen wir wieder zurück. Das ist nur ein ganz kleiner Satz in der Bibel. Das heißt, Abraham hat geglaubt an die Auferstehung, aber ich bitte euch, das ist Kapitel 22, das ist erste Buch Mose, das ist nicht der Fässerbrief, das ist nicht Matthäus-Evangelium, das ist die Urgeschichte der Menschheit. Da hat schon jemand an die Auferstehung geglaubt. Und deswegen ist Abraham unser Glaubensvater, weil wir glauben ja auch an die Auferstehung, ja? Wir glauben, dass Gott den toten Jesus auferweckt hat. So wie Abraham glaubte, dass Gott den toten Isaac auferwecken würde nach der Opferung, so glauben wir, dass Gott den toten Jesus leiblich auferweckt hat, leiblich, und er leiblich auferstanden ist. Dann haben wir ja auch ein Auferstehungsglauben, ja? Dann sind wir ja Nachkommen Abrahams im Glauben, ja? Ihr seid die Sterne, ihr seid die Nachkommen, die Glaubensnachkommen Abrahams. Wir als Christen, alle, die in der Welt geglaubt haben an die Auferstehung Jesu, sind Samen Abrahams, ja? Wir sind des Glaubens Abrahams, weil Abraham diesen ganz bestimmten Auferstehungsglauben hatte. Und deswegen liegt die gleiche Verheißung, die auf Abraham liegt, auch auf uns Christen. In Christus. Ja? Das ist die neutestamentliche Sichtweise, wie Abraham hier ausgelegt wird und wie Abraham gezeigt wird als Glaubensvater. Davon steht im Römerbrief, davon steht im Galaterbrief und immer wieder führt Paulus die Christen der Urgemeinde darauf zurück und sagt, ihr seid die wirklichen Nachkommen Abrahams, nicht Israel, nicht das Judentum, sondern ihr. Warum? Weil ihr glaubt wie Abraham, weil ihr an die Auferstehung Jesu glaubt. Das ist die Glaubenslinie. Nicht die biologische Blutlinie, nicht die ethnische Abstammung von Abraham, Semit zu sein, Macht zu Kindern Abrahams, sondern des Glaubens Abrahams zu sein. Das ist der Unterschied. Und damit hat Paulus die Urgemeinde immer befestigt in ihrem Auferstehungsglauben, in ihrem Glauben an Jesus Christus, indem er sagt, ihr seid die Fortführung der Verheißung, die hier an Abraham geschehen ist. Das hat die im Glauben festgemacht. Und das möge euch auch im Glauben befestigen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben die Wahrheit gefunden. Wir haben das Heil gefunden. Ja, okay, also durch deinen Samen, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Das war für Gott so groß, dass Abraham selbst den Isaac, seinen einzigen Sohn, den er lieb hatte, Gott nicht vorenthalten hat. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel das Wort Liebhaben vorkommt. Das ist in diesem Kapitel 22. Gib mir deinen Sohn Isaac, den du lieb hast. Kommt das erste Mal das Wort Liebe vor in der Bibel. Und Abraham gibt den Sohn Gott. Das ist unfassbar. Und als Abraham das tut, da kommt der Engel des Herrn vom Himmel. Der Engel des Herrn ist eine Umschreibung eigentlich für Christus. Christus ist Gott. Der Engel des Herrn ruft Abraham vom Himmel und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht wer? Der Herr? Ja, Moment. Der Engel des Herrn und der Herr ist dasselbe? Ja, ist eins. Und Gott redet nicht nur, Gott sagt, ich schwöre dir, Abraham, weil du das getan hast. Ich gebe dir alles. Du erbst alles. Du erbst den Himmel und du erbst die Erde und du erbst den Sand am Ufer des Meeres und deinen Nachkommen werden die Tore ihrer Feinde besitzen durch deinen Samen, sondern alle Völker auf Erden gesegnet werden. Weil du geglaubt hast, gebe ich dir alles. Weil ihr glaubt, gibt Gott euch alles. Aber wir sind Wartende darauf. Das ist jetzt noch nicht. Schwärmerische Christenkreise wollen das heute schon haben. Jetzt schon Heilung. Jetzt schon gesund werden. Jetzt schon Wundergaben. Wir sind Wartende. Das kommt erst noch. Wir sind Glaubende. Wir sind Hoffende. Aber wir haben keine unbegründete Hoffnung. Sondern diese Texte der Bibel, die zeigen, dass unsere Hoffnung absolut begründet ist. Und wir glauben wie Abraham und wir halten an jeder einzelnen Verheißung Gottes fest. Und davon schreibt ja Paulus auch, dass uns, wenn Gott für uns ist, wer will wieder uns sein? Der seines eingeborenen Sohnes uns nicht vorenthalten hat. Wie wird er uns mit ihm nicht? Alles schenken. Das ist die Verheißung der Gemeinde Jesu. Aber wir sind Wartende. Und da merkt man, wie wir Nachkommen sind dieses Abrahams. Und er sagt, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und jetzt kommt die Anwendung von Paulus. Jetzt lese ich euch, was ich euch erzählt habe, lese ich euch jetzt aus der Bibel vor. Ja, dass ihr seht, dass das nicht von mir ausgedacht ist. Paulus schreibt es in Römer 4. Da sagt er, denn die Verheißung, dass Abraham der Erbe der Welt sein sollte, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz vom Sinai. Warum? Weil der Sinai war ja noch gar nicht da. Der kam erst Jahrhunderte später. Sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Abraham hat Gott geglaubt und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Deshalb muss die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, durch den Glauben kommen. Damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Warum? Wir glauben an das Werk Christi und das Werk Christi, das genügt vor Gott. Eure Werke genügen nicht vor Gott. Wer aus Glauben, wer aus Werken selig werden will, hat nie Frieden im Glauben. Ja? Weil ich ja nie weiß, genügt das, was ich tue. Selbst wenn ich meinen Leib brennen ließe, reicht es denn auch? Ja? Wir machen was ganz anderes. Wir glauben an das, was Christus getan hat. Und das genügt. Und weil wir in diesem Glauben sind, deswegen bleibt unsere Verheißung auch fest. Weil wir nämlich nicht an das glauben, was wir leisten, sondern an das, was Jesus geleistet hat. Und nehmen das für uns in Anspruch. Und deswegen ist die Verheißung fest, wenn wir uns auf das verlassen, was Christus getan hat. Das sagt der Paulus hier im Römerbrief. Ja? Damit die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die aus dem Gesetz leben. Nicht allein für die Juden. sondern auch für die, die aus Abrahams Glauben leben. Und das sind wir. Also Abraham hat sich ja selber auch nicht in die Situation gebracht. Ja? Also wir haben das heute Morgen auch gelesen da in den Losungen. Ja? Gott schafft das Wollen und das Vollbringen. Ja? Wir sollen wandern in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Ja? Das heißt, das ist ja ein Werk, was Gott eigentlich zuvor bereitet hat für den Abraham. Aber Abraham geht den Weg auch. Die Frage ist, ob wir Wege erkennen, die Gott uns führen will. Oder ob wir da manchmal sagen, oh, da passt man jetzt aber überhaupt nicht in den Kram. Meistens hinterher. Meistens hinterher. Ja? Und Gott sagt, ah, es wäre jetzt aber wichtig gewesen, dass du da, wieso stockst denn du? Warum ziehst du nicht? Warum gehst du? Ja? Wir haben einen Freund, der ist Lehrer und der hat vor vielen Jahren ein Angebot bekommen, in der Slowakei als deutscher Lehrer an eine Schule zu gehen. Ja? Eine deutsche Schule in der Slowakei. Und die Schule hat alles vorbereitet. Die Direktorin hat Lieder eingeübt, die haben Girlanden aufgehängt, die haben für den deutschen Lehrer dann da große Spruchbänder gemacht und eine große Willkommensfeier organisiert mit Bürgermeister und mit, also alles, was man da so macht. Und der Bruder, der sagt, zwei Tage vorher, ich kann nicht gehen, ich kann den Druck nicht aushalten. Ich gehe nicht. Und der hat abgesagt. Dann haben die da in der Slowakei gestanden und haben gesagt, was ist denn los mit dem Deutschen? Warum kommt der denn jetzt nicht? Und es war ganz peinlich. Und der Bruder, der hat da wirklich auch selber drunter gelitten. Da gibt es in der Pfalz, gibt es einen Winzer, das ist ein Bauer, der ist nicht intelligent, aber der ist klug. Das ist ja ein Unterschied, intelligent und klug. Die Klugen, die kommen durchs Leben. Die Intelligenten wissen, wie man rechnet. Und dieser Bauer ist ein kluger Mann und da ist er dann hingefahren und hat ihm da von seinem Leid erzählt und hat gesagt, ich habe da abgesagt und das ist einfach so schlimm für mich. Und dann hat dieser Bauer zu ihm gesagt, ja, jetzt hast du halt abgesagt, aber jetzt hat Gott noch einen Weg für dich und den gehe ich. Ist das nicht schön? Gott hat noch einen Weg für dich, den gehe ich. Ja, aber wir müssen auch ein bisschen unsere Sinne schärfen. Das ist ja auch wachstümlich bei Abraham, wie der Stück für Stück weitergeht, seinen Weg geht. Und wir müssen auch einen geistlichen Instinkt entwickeln, wo Gott etwas zu uns sagt, wo Gott eine Türe aufmacht, wo Gott eine Türe zumacht, die wir nicht wieder öffnen sollen. Das passt jetzt aber gut. Direkt anschauliches Bild. Also diesen, also so einen geistlichen Instinkt zu entwickeln, das ist glaube ich ganz wichtig und es ist auch wachstümlich. Da schärft Gott uns auch die Sinne. Wenn wir im Glauben leben, dann werdet ihr sehen, dass ihr empfänglich werdet für Dinge, die der Welt verborgen sind. Es kann sein, dass man in einen Raum kommt und man hat einen Eindruck. Ich bin kein Charismatiker, ich bin ein ganz stocknüchterner Mensch. Ich halte mich immer an Gottes Wort. Aber es kann sein, dass man einen Menschen trifft und man schaut in das Herz hinein. Kann sein, der erzählt euch dies und das und der wisst, sein Problem ist ganz woanders. Weil man das kennt, weil man das vielleicht selber durchlebt hat, weil man das selber durchlitten hat, weil man das selber durchbetet hat. Und dann bekommt man Selbsterkenntnis und dann erkennt man auch den anderen und dann bekommt man Licht für etwas und vielleicht hat man ein Wort für jemand. Und wenn wir darin geschult sind, dann werden wir weise, nicht nur klug, nicht nur intelligent, sondern weise. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir alte Tölpel, die man zu nichts gebrauchen kann. Nabal-Leute. Kennt ihr den Nabal? Na, nicht so wichtig. Nabal heißt Dummkopf. Der hatte eine hübsche Frau, die hat der David dann nachher geheiratet. Nabal war ein alter Tölpel. Ja, gibt es auch. Wir müssen wach sein. Ich sage meinen Kindern immer, ihr müsst klug sein. Dumm sind die anderen schon. Ja? Das gilt im Geistlichen ja auch. Ja? Dass wir uns schulen, dass wir wach sind für die Dinge. Also das ist das, was Paulus über Abraham schreibt. Und diese Verheißungen Abrahams, sagt er, die gelten auch für die, die aus Abrahams Glauben leben. Glaubt ihr also an die Auferstehung? Gehören euch die Verheißungen Abrahams, dass wir nämlich Erde und Himmel erben werden? Ja? Wir sind in der Abrahamslinie. Das ist der Segen, den Paulus uns hier zuschreibt in Römer 4. Und zwar nicht nur für die, die aus dem Gesetz leben. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die Unbeschnittenen, die aus Abrahams Glauben leben. Die Goyim, wir. Ja? Die Schwaben, die Westerwälder, die Pfälzer, ja? Wer auch immer Jesus angenommen hat, die gehören auch mit dazu, ja? Und Hohenloher. Bitte? Die Hohenloher. Hohenloher sind keine Schwaben. Wer sind keine Schwaben? Die Hohenloher. Hier? Nein. Was seid ihr? Hohenloher. Hohenloher. Aber ich meine, die gehören auch dazu. Ja? Ja? Also ich habe einen Freund, der ist Syrer, ja? Ich habe einen Freund, der ist Syrer und der ist aber in Pforzheim geboren und der geht in die koptische Kirche, ja? Die Syrer ist halt koptische Kirche, ja? So, und wir gehen mittags essen, am Geschäftsessen und da ist jemand bei, der von ihm Aufträge bekommt. Der hat eine Hausverwaltung und der hat Handwerker und ein Handwerker war mit, der die Außenanlagen macht und der sitzt mit uns, wir sitzen zu dritt am Tisch und unterhanden uns und dieser Handwerker ist Christ und der will den Freund von mir und den Syrer will er immer bekehren, weil dem genügt nicht, dass der Kopte ist, ja? Der muss jetzt auch evangelikal werden. Also bekehrt er ihn immer, ja? So, und mein Freund, der sitzt am Tisch, hat eine dicke Zigarre, braucht gerne Zigarren, sitzt beim Mittagstisch, hört den so an und pafft da seine Zigarre vor sich hin und dieser Handwerker sagt zu ihm, du musst dich auch zu Jesus bekehren, du musst Buße tun und richtig also das ganze Programm. Und der Matthias sitzt da und sagt, ja, Redner, Redner, ich rede gleich, und hört ihm da so zu und als er fertig ist, er ist ein bisschen fertig, sagt er, ja, sagt der Matthias, pass mal auf, ich komme aus Syrien, wir reden dort so, wie Jesus gesprochen hat, Araneisch. Wir haben schon an Jesus geglaubt, er hat hier noch auf den Bäumen gehockt. Wir sind ganz vorne dran. Das war alles. Wir sind ganz vorne dran. Ich muss dich munzeln. Aber er ist der, ich bin öfters in Geschäftstreffen mit ihm gewesen, er ist der, der mitten im Geschäft plötzlich von Gott anfängt zu sprechen und vom Glauben. Also der hat ein großes Grundstück gekauft und dann sollte ein Hotel da drauf gebaut werden, aus Frankfurt kommt so ein Hotelmanager angefahren, wir gehen essen, der geht immer essen mit allen Leuten. Und dann sitzen wir da und unterhalten uns über das Projekt und plötzlich sagt er mitten rein, wissen Sie, Herr Sohn, wir Männer, wir haben ja nicht viel, aber wir haben unsere Ehre. Und das Projekt, was wir machen zusammen, das müssen wir ehrlich machen. Wenn wir das nicht ehrlich machen, dann straft uns Gott. Aber wenn wir das ehrlich machen, dann legt Gott auch Segen da drauf. Rums. Ui, sag ich jetzt mal gucken, wie Frankfurt reagiert. Frankfurt saß da ihm Schockstarre. Der hat Gott gesagt. Und zwar zweimal. Wir sind doch hier beim Geschäftsessen, es passt doch gar nicht. Aber der Kopte, ich sag zu Ihnen, weißt du, ich freue mich immer, du bist der Einzige, den ich kenne, der in Geschäftsgesprächen ohne Ansatz plötzlich über Gott redet, über den Glauben. Holen kann aus Bayern kommen, Februar, wir waren natürlich essen, es schneit und die Banker sagen, Mensch, bei euch schneit es ja. Ich habe gedacht, ihr seid aus Bayern, bei euch schneit es oft, ich habe einen guten Draht nach oben zu Gott, da habe ich gebetet und habe gesagt, er soll doch schneien lassen für euch, als Begrüßung. So ganz ohne Ansatz. Kopte kann einem auch zum Vorbild sein. Also auch Holenloher, wir lassen das ja. Ihr seid bestimmt ganz vorne dran, glaube ich. Ja? Gott, ich späne. So, ja. Da lebe ich jeden Tag von. Kommen wir mal vorwärts hier noch. Das hört ihr immer oft, wir kommen auch zum Schluss, das möchte ich euch aber noch zeigen, das hört ihr immer oft, dass gesagt wird, dass Abraham, dass durch den Segen Abrahams alle Völker auf Erden gesegnet werden. Ja? Und das wird oft von Israel gesagt. Wer Israel segnet, der wird auch gesegnet werden und wer Israel flucht, der wird verflucht werden. Das hört ihr ganz oft, heute. Früher war das nicht so oft. Und die Rabbiner heute sagen auch, dass durch die Nachkommen Abrahams, die sie sind, in ihren Augen, Israel ein Licht sein soll für die ganze Welt. Aber wir haben ja gesehen, dass der Paulus hier sagt, dass Abraham Glaubensnachkommen hatte und dass die Glaubensnachkommen als Kinder Abrahams gezählt werden und nicht die nach dem Fleisch Kinder Abrahams sind. Denn Abraham hatte ja noch mehr Kinder. Er hatte noch ein Ismail und er hat ja im hohen Alter auch noch andere Kinder bekommen. Aber das, was hier steht, dass durch deinen Samen, durch deine Nachkommen, alle Völker auf Erden gesegnet werden, da hat Paulus auch mal einen Bezug drauf genommen. Und zwar im Galaterbrief. Und da schreibt Paulus, nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt, seinem Nachkommen. Er spricht nicht durch die Nachkommen, durch die Samen, als ob es viele wären, sondern er spricht durch einen, durch deinen Nachkommen. Welcher ist? Christus. Ach, dann wird die Welt durch Christus gesegnet werden. Genau. Und nicht durch Israel? Nein. Warum denn nicht? Weil Israel Christus verworfen hat. Ja? Israel verwirft Christus. Eignet sich etwas an, was Israel nicht gehört. Eignet sich einen Segen an, der euch gehört, weil ihr glaubt. Eignet sich ein Segen an, eine Aufgabe an, die eigentlich die Aufgabe Christi ist. Ja? Christus ist der Samen, durch den alle Völker auf Erden gesegnet werden sollen. Und nicht Israel. Und das findet ihr immer wieder auf Psalm 3, Jesaja 53, wo die Rede von Christus ist. Da sagen die Rabbiner, nein, das ist die Rede von Israel. Israel hat sein Leben gegeben für die Völker. Ja? Israel hat gelitten und war ohne Schuld. Die sagen, das, was wir auf Christus auslegen, legen die Rabbiner auf sich aus. Das ist heftig. Ja? Und diese Verwechslung passiert auch hier, auch immer wieder mit 1. Mose 22, dass der Segen, und das hört ihr ganz, ganz oft, dass der Segen für die Völker von Israel kommen soll. Ihr hört auch davon, dass wir Christen jüdische Wurzeln haben. Habt ihr es schon mal gehört? Vielleicht, ja? Der judeo-christliche Glaube heißt es in Amerika. Und dann heißt die Christen, der Glaube der Christen wurzelt im Judentum. Das stimmt nicht. Wir wurzeln nicht im Judentum. Wir wurzeln in Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, nämlich Christus. Und das Judentum sollte auch in Christus wurzeln. Warum? Weil Christus heißt ja der Gesalbte, der Maschiach. Das ist doch ihr Messias. Das Judentum sollte nicht im Buchstaben des Gesetzes wurzeln, sondern das Judentum sollte im Glauben Abrahams Wurzeln, im Glauben an die Auferstehung, im Glauben Christi, im Glauben des Gesalbten. Da sollten sie, ja? Merkt ihr das? Wir lassen uns unser Fundament aber nicht nehmen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Das wird so ganz fein abgefärbt. Da kommt immer mehr dazu. Und das nistet sich irgendwie so ein. Okay, also das ist der Abrahams Glaube als die Vervollständigung. Hier steht, nimm Isaac, deinen Sohn, den du lieb hast und dann opfert Abraham den Isaac. Und hier steht dieser Vers, wenn wir angebetet haben, wollen wir, wir wollen wieder zu euch kommen. Wer? Na ja, Abraham und Isaac. Es kann nur sein, wenn er Isaac auferweckt. Jetzt kommen wir mal zum Schluss. Jetzt machen wir noch einen Gedanken. Stellt euch vor, der Abraham wäre bei der Kreuzigung dabei gewesen. War er ja nicht. Ja? War ja Jahrhunderte später. Aber stellt euch vor, Abraham wäre bei der Kreuzigung dabei gewesen. Dann hätten die Jünger alle geweint und hätten gesagt, Jesus ist gestorben auf Golgatha, sie haben unseren Herrn getötet. Wohin hast du ihn gelegt? Ja? Sagt Maria, als sie denkt, das ist der Gärtner und sie waren traurig darüber, dass Jesus gestorben ist und gekreuzigt wurde, gelünscht wurde von den Römern, ausgeliefert von den Juden. Wisst ihr, was Abraham gesagt hätte? Abraham hätte gesagt, dieser Jesus kann nicht tot bleiben. Der muss auferstehen. Warum? Weil Gott seine Verheißungen auf ihn gelegt hat. Ja? Das heißt, Abraham hätte mit seinem Abrahamsglauben die zwölf Jünger trösten können und hätte sagen können, wartet mal ab, die Sache hier ist noch nicht zu Ende. Der muss wieder lebendig werden, denn dem gilt die Verheißung und an dem hängt ihr, an dem hängt Israel, an dem hängt die ganze Welt, an dem hängt die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos, an ihm. Er kann nicht tot bleiben. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Ja? Das ist das, was Abraham geglaubt hätte. Die Jünger haben mühsam an die Auferstehung geglaubt, nach der Auferstehung Christi, wenn Jesus ihm die Hände zeigt mit den Nägelmalen, mühsam. Ja? Thomas sagt, ich glaube nicht, außer ich lege meine Hände in die Nägelmale. Die Emmausjünger brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Ja? Die haben mühsam verstanden, Jesus ist auferstanden. Abraham hat an die Auferstehung geglaubt, vor der Opferung. Amen. Die Jünger hätten es wissen können. Was ich aber so, was so groß ist an diesem Glauben Abrahams ist, dass Abraham an die Auferstehung glaubt, nicht nachdem sein Isaac ihm wieder geschenkt worden ist, ja? Sondern bevor er ihn opfert, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Glaube ist natürlich unglaublich, ja? Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist wirklich ein Vater im Glauben. Das ist ein Vater im Glauben. Und der hätte, wenn Jesus auferstanden ist, hätte der gesagt zu den Jüngern, seht euch, hab's euch doch gesagt, Jesus kann nicht im Tod bleiben. Das ist der Glaube Abrahams. Der wäre größer als der Glaube der Jünger. Das ist ein Vorbild für uns, ja? Wir können Glaube nicht selber machen, aber wir können das hören, wir können darüber nachsinnen und wir können vielleicht im Glauben auch Gehorsamsschritte gehen und Gott gibt von Schritt zu Schritt gibt Gott mehr Licht, mehr Verständnis, mehr Erkenntnis, mehr Glaube, von aus Glauben in Glauben, ja? Das heißt, wir glauben an den Sohn Gottes, sagt die Bibel. Dann sagt die Bibel, wir glauben in den Sohn Gottes und dann sagt die Bibel, wir glauben im Glauben des Sohnes Gottes. Das geht auch weiter. Das ist ein Heiligungsleben, ja? Und die Christen prägen 3H Hunger, Heimweh, Heiligung, ja? Hunger nach Gottes Wort, Heimweh nach der ewigen Welt und Heiligung von zweifelhaften Vergnügungen, ja? Abraham folgte Gott nach, Lot folgte Abraham nach, das ist ein Unterschied. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020